In Schaffhausen, im Libopark, hat es uns sehr gut gefallen. Das Spiel gegen Weissrussland konnten wir drei Mal gewinnen. Mein 125er Länderspiel, also etwas Spezielles für mich. Die Stimmung war super, wir waren sehr gerne in Schaffhausen, sind in der Stadt und im Stadion sehr herzlich begrüsst worden von den Leuten. Und jetzt sind wir hier wieder in Wiel, in unserer Heimstädte. Wir fühlen uns auch hier sehr wohl. Wir haben heute ein gutes Abschlusstraining gemacht. Wir sind in Mackling, wo es schon Schnee hat. Und wir freuen uns extrem auf das Spiel gegen Albanien morgen. Wir wollen es natürlich noch etwas besser machen als gegen Weissrussland, wo wir auch viele Chancen hier liegen haben. Also, morgen wird wieder Offensivfussball und hoffentlich viele Goals ein bisschen mehr als gegen Weissrussland auf dem Programm stehen. Und darum hoffen wir auch, dass die Mondstimmung in Biel wieder super wird.